Yo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch, wie ihr alle 10 Joggers für das weibliche Charakter solo und ziemlich einfach bekommen könnt. Es ist natürlich ein Transfer-Glitch, aber hey, das ist kein Problem, weil es besser als mit dem männlichen Charakter, aber auch mal zwei Konsolen mit NetCard, aber bei dem weiblichen Charakter geht das solo, dann braucht man natürlich keinen NetCard. So, ich zeige euch, wie gesagt, hier einmal die Weiße, einmal die Schwarze. Gut, die Spur, naja, das ist eine Ansichtssache, die verschwinden aber auch nach einer gewissen Zeit, so sieht man das ja. Gut, also, wie es geht, wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr macht einfach eine Einladung, glaube ich, seid ihr jetzt und geht einfach jetzt auf Option, geht auf Online, geht einfach auf den Charakterauswahl und bestätigt ihr den Charakterauswahl. So, seid ihr mit dem Charakterauswahl vorhanden, geht ihr einfach mit dem zweiten Charakter. Natürlich ist es wichtig, das muss ein männlichen Charakter sein, der verschwindet natürlich auch. So, den bearbeiten wir jetzt. Ihr braucht es nicht übertragen, also könnt ihr auf Nein drücken, ist kein Muss. So, männlichen Charakter. So, ja, gut, aussehen, brauchen wir jetzt gerade erst nicht. Ich will eigentlich nur die Bekleidung schnell machen, dass ich kein... So, reicht aus. Bestätigen. So. Ist ja hässlich. Egal. Nein, wollen wir gerne überspringen. Also überspringen wir natürlich, ne? Also, tja. So. Ist ja, wie gesagt, ein Transfer-Glitch für die weiblichen Charakteren, ähm, weil wir viele haben weibliche Charakteren und mich auch darauf angesprochen, aber wie gesagt, jetzt habt ihr einen neuen Glitch. Lasst ein Like und ein Abo natürlich da. Kurs geht raus. Ihr müsst auch nichts irgendwie was erstellen, also ist das... Ja. Es ist ziemlich einfach. So. Ähm. Einladungslobby, das sind wir angewiesen. Da war ich nochmal ganz schnell in ein Einladungslobby. Ihr könnt, am besten habt ihr eure Ruhe. Und ja, das ist auch viel dann vernünftiger dann. So. Einladungslobby drin. Jetzt geht ihr einfach jetzt... Nehmt euch das Auto. Und das nächste... Umkleidegeschäft fährt ihr jetzt dahin. So. 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 Seidt hier drinnen. Wichtig ist, ihr dürft kein... Hicke haben und Oberteil muss natürlich auch weg, so haben wir das, dann geht ihr einfach auf Shorts und dann geht ihr weiter runter, wo haben wir die denn jetzt, so, ne, da, also die hier nehmt ihr zuerst, also die Nummer 35, speichert ihr die, einfach speichern, die zweite, gehen wir da unten, das ist die dritte, da ist die vierte, das ist die fünfte, das ist die Nummer 6, das ist die Nummer 7, ah, zurück, ja, die 8, die 9 und das ist die Nummer 10. Okay, so, habt ihr das so gemacht, gespeichert, geht ihr einfach zurück, Option, einmal selbst umbringen, so, seid ihr wieder zurück, geht auf Option, geht auf Online, geht auf den Creator. So, seid ihr dann in den Quältern, geht auf erstell, einbrennen, Einführung, auf bestätigen, so, dann zieht die Kamera ein bisschen nach vorne, so, reicht aus, geht auf Option, geht auf Online, geht auf, dann zurück zum Charakter-Auswahl. So, seid ihr dann zurück mit dem Charakter-Auswahl, löscht ihr den zweiten Charakter wieder? So. So, da, Charakter-Fie-Eck, löschen. Möchten sie es löschen? Ja, möchte ich, dann schreibt ihr einfach das Wort löschen, dann bestätigt ihr, dann kommt das, und dann die ganze Zeit jetzt Kreis, Spamen, Kreis, 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 Spamen, Spamen, Spam, 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 oder in den Story-Mods quasi. So, und drückt einfach Option, auf Online, Online-Spielen, Sitze mit Einladung, und dann geht ihr einfach da rein. So, und dann seid ihr eigentlich fertig. Die Joggers müssen dann in euren Main-Account quasi euren ersten Charakter alle übernommen haben. So, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt drückt ihr auf Touchpad, geht auf Stil. Natürlich, wenn ihr das eine Outfit, was ihr behalten wolltet, vorher ab, müsst ihr es speichern. Sonst, wie gesagt, es verschwindet alles. So, dann gehen wir drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wie gesagt, alle Joggers sind da. Dann könnt ihr euren Outfits so darstellen und erstellen, wie ihr gerne wollt. Das war der Glitch, der Transferglitch für den wirklichen Charakter, für zehn Joggers. Für weitere Glitches oder Informationen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, und wir sehen beim nächsten Video. Ciao!